Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Counter-Strike. Diesmal war es für uns ein bisschen länger her, dass wir wieder eine Folge hochladen konnten. Nichts so schönes dabei gewesen. Diese Runde ist allerdings sehr zucker. Wir haben ein Random dabei. Das heißt, vier von uns müssen erstmal ein bisschen carryen. Dann macht der Random eine Biege, trotz kurzzeitiger Führung. Und dann müssen wir vier gegen fünf weiterspielen. Fast das ganze Match über. Was damit passiert, mit dieser Konstellation, das seht ihr noch vielleicht. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Bock drauf. Gönnt euch und los geht's. Wie gesagt, das haben sie uns jetzt komplett geändert. Ziemlich seltsam. Habe ich jetzt den Afghanen? Hörner! Ja, genau, der gibt mir gleich einen Patchstopp. Alter, ohne Bulle ist echt schwierig. Finde ich auch, ich sehe den Skill, der geht noch nicht. Ich bin schon mal der zweitbeste in unserem Kranus. Was? Ich bin was weggeworden. Finde ich hier! Oh danke. Ja, mache ich. Warum? Cool, ein Skin sogar. Ich probiere eine Runde, sonst hole ich gleich meine Brille. Da spielst du so schnell im Vergleich, ich komme nicht klar. Alter, habt ihr das Spiel schneller gemacht? Äh, Leute, warum sind wir eigentlich alle A? Weil die auch A sind. Achso, weil die auch A sind. Hier spielt Platz. Ich bin tot, ich hole mal Brille. Spiel Platz. Drei bei Brunnen. Drei bei Brunnen. Drei bei Brunnen. Bei Brunnen. Einen habe ich. Ich habe keine Muni mehr, ich bin raus. Ich bin raus, ich habe keine Muni mehr, einer ist hier. Ich habe nur noch ein Messer. Ich bin der Letzte, ich habe keine Muni, oder was? Nein, nein, nein. Die sind auch... Und einen. Sag mal kurz hin. Hä, gell? Ne, die sind bei mir auch rausgefallen. Gell, wir müssen gucken, ob ihr nur AFK ist. Gullabin, du holst, jetzt können wir starren. Okay. Witzige Situation, das war passend. Oh. Ich habe mich hier am Felsen versteckt, ohne Muni. Ja, geil. Da, Messer, da haben wir da. Da haben wir ein Messer, wie ich sieben. Hören wir noch. Jetzt kommt der Verschüttel. Hinter ihn. Hinter ihn. Hinter ihn. Sieh mir egal. Oder ihr, ihr. RCS. Mann ey, weißt du, ich habe gerade vier Header gedrückt und aufwärmen und jetzt habe ich eine Waffe gehabt. So, echt so. Ich habe einfach 50 Header gedrückt oder so. Ego. 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 50 Ego. Gut, dann gehe ich jetzt mal B. Und B ist der Durace der B. Spitzel only, alles klar, bin ich vorbei. Okay, zwei gegen B, dann gehe ich weiter. Okay. Okay. Denkt bestimmt nochmal A, weil es ja gerade aufgeklappt hat. Okay, doch. Nee, B, B, B. Schrauben wir dann an. Komm von hinten, Leute. Komm von hinten, Leute. Kann ich, du gehst auf? Oh man. Fühl das. Zum B. meine lautstärke heute ist nicht mehr tag der seitz fängt wieder an hier kommt klein oder machte schon gleich groß ist groß angesagt meine zahnfehl dürstet nach bsp als ziemlich die falsche haben bekommen drei der rest müsste da sein zwischen david und mir zu theoretisch also einleitbar bei euch und dann die mentale die mentale unterstützung war schon da ist wenn kann man bewahrten die lösung anwesend was das weiß ich habe ich es natürlich wenn es so ein t-shirt mit ich war dabei jetzt geht sie da wieder bei ab 2017 ich war dabei ich gehe wieder mit dem rennen wir hatten die genau gehen die b b spielplatz locker lauf ja da war also keiner gecheckt aber ich habe alles gemacht hier ja du hast eingemacht wir haben alles gemacht was so und ich bin auch schon einer muss sein ja und kanalweiner aber er wolle ja nicht gerne wenn er in der hätte glaube ich leute bombe bombe ist dahinten muss wenn die geöte werden ja aber feiti will die kill kann feiti los bombe hinter uns der ist doch der ist doch der ist fast tot ja aber der kommt doch der muss bombe holen der muss bombe holen wenn man schützt einfach die bombe bleibt einfach stehen wo du bist wenn wir doch tot wenn ich es machen Mein Name Sven, ey. Eine Granate? Sven will auch nie die Bombe beschützen, ey. Nee, nee. So ein Laune, ey. Ich hab mitgespielt. Wenn man da gleich ein Profil mitsehen von der Thematik. Weißt du, wenigstens einer, der mit Akadari taunt dran ist, weißt du? Ja. Dengastig, Alter. Die hat, glaub ich, mein Kopf in die Tür. Komm, die A? Nee, die B. B, B, B. B? Einer. Ah, okay. A war auch einer, oder? Ja, zwei. Bombe ist A. Okay, einer kommt in die Mitte. Bombe ist A. Ja, dann hab ich den wahrscheinlich gehört. Oh mein Gott, bin ich kacke. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. David? Pröski, pröski, ja, ich weiß. Ich werd geraded. Schwierig. Kacke. Easy game. Einer ist auch noch long, glaub ich. Easy. Wollen wir Toilette? Ja, ich hab drei, drei. Ich hab sechs. Zusammen mit neun. Ich hab drei. Der, der ist Party. Party. Einer war lang, einer war lang, einer war lang. Okay. Ich mach lang, du machst ja mit Party. Okay. Aber lang könnte auch zur Party zurückgelaufen sein. Nee, nee. Der kann nix. Okay, da wär das tot. Ja doch, der ist zurückgelaufen, das war dieser Aereo. Nee, komm. Der kann nix. Gleiche Ecke nochmal. Ich mach den Mietz auf Overpass, oder? Weiß es nicht. Die Mietz sind aber nur auf Gras eigentlich. Ey, ganz ehrlich, dieses Schild bringt doch nix, oder? Ja, die sind B, die sind B. Ja, was soll ich machen? Okay, sechs, eben. Let's go. Kevlar bringt doch gar nix, oder? Kevlar mit Brot, mit Tellen schon. Ja, das ist bisschen das. Die 27 Leben, diese 60 Schüsse. Einen Schuss. Premium. Habe auch nicht haben. Ja, lieber nicht haben. Na gut. Was soll ich machen? Von 100? Ja. Safe, oder? Ja, nee. Safe. Sechs Leben, komm, kann ich den nicht mehr machen. Nee. Safe einfach. Sechs Leben gehst du aber auch noch in die Luft, oder? Nee, ich wär bald nicht. Nee, nee, nee. Weit genug weg. Ist zwar unlogisch, aber lassen wir das. Oh, Mann, ey. Aber wir haben kollektoral Schaden bei denen gemacht. Nee, wir sagen, wenn man jemand... Kann, kann... Ähm, nee, kann. Äh, Geld kommt nicht so komisch an. Warte, warte, warte. Äh, das ist auch in Ordnung, ja. Okay, läuft. Mein, du willst dich ja AWP? Ja, sicher, ich bin jetzt, ich bin halt auf Abstractmodus unterwegs. Okay, zwei W, dann gehe ich auf. Mach Double Flash, Sven Achtung. Lass mich erst an... 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 Flashbang! Das neue Headset gewöhnen, das ist ein bisschen belastend. Das neue Headset gewöhnen, das ist ein bisschen belastend. Okay, nice. Bobby liegt bei mir. Party, Party, Party. Party. Oh, ja. Ich seh nur den Kopf. Seht die Bombe. Bobby liegt hier. Ja. Okay, bin tot. Aave. Ja, Party. In the wall thing. Party immer noch. Hat ne Aave. Aufpassen. Ja, aber der... Ja, aber ich hab' der... Nice. Ja, aber ich gegen Aave kämpfen. Das war ja nicht so schlau. Das ist ja komisch an, Roog. Habt ihr das nicht? Auch ein bisschen. Ich muss mich außerdem an meinen Headset gewöhnen. Ich muss das jetzt lauter machen. Ich hör' fast gar nix mehr. Komm, dem Spiel nicht klar. Also, ich mein' der Tod ist geil. Lol. Äh. Was war denn das jetzt? Ich bin nun verlassen. Äh. Spiel verlassen. Verbindung unterbrochen. Hä? Ich hab' doch einfach nur mein Lautstärke angepasst, ey? Nein. Was war das? Throwing fire! Ey, wir müssen gehen denn hier. Warum soll ich denn das Game dann verlassen? Äh? Einer's Party. Ja. Also, ich mein' jetzt leid, dass ich das Game verlassen hab', aber... Alles gut. Ist halt so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ah! Party. Ich muss euch leiser stellen außerdem. Oh mein Gott, das ist für mich. Ich bin mega belastet. Party waren vier Mann. Ich hab' die Party gemacht. Ich hab' richtig Party gemacht. Ja. Janik, sag mal was. Hallo. Janik hier. Wie geht's? Ich find' mich eigentlich ganz nett. Ein Hammer. Ah, dann hat die Toilette gespielt. Achtung! Janik, Janik muss ich auf 85 machen. Alter ist die Ball lang gelaufen. Okay. Okay. Bombe ist dann die Ball lang. Okay. Um den 70 und schärfer fast. Okay, der hat mich geholt. Hat aber 57 Schaden. Nicht verlippt. Nee! Okay. Wenn das so ist. Alles gut, der kann nix. Okay, weil jetzt hör' ich den Ton viel besser vom Game. Okay. Fein spielt überall. Fein spielt überall. Wo steht der immer noch? Vorher hat er sich doch auch gesehen. Weil ich hätte das dann nicht auf dich geschossen. Hä, Geld ist das auch rausgegangen? Ähm. Ja, Torus macht ein Rage-Quit. Ähm. Okay. Ähm. Ich glaub' die booten uns grad offline. Hilfe. Na cool. Ja, aber boot ist ein Kompletthausgangs. Da wird halt nur die Lobby kurz verlassen. Ich hab' nur kurz die Lobby verlassen. Der ist auch. Oh! Der hat ja eine Strafzeit bekommen. Oh. Oh mein Gott. Weißt du, wir sind in Führung. Der kriegst ich nicht. Mit vier Leuten. Sollen wir das jetzt machen. Ah, ja, ja, ja. Wie lange? Zwei. Ja, die kommen B, by the way. Okay. Warte, ich hab' nicht mehr hinter dir. Ja, ich weiß. Grenade out! Hast du nicht gesehen? Nee. Ich hab' nicht gesehen. Ich hab' nicht gesehen. Einen hab' ich. Einen hab' ich auch. Geil. So weit, du lebst ja noch. Ich dachte, du wärst tot. Nee, ne, aber ich jetzt. Feit und Tod. Ich dachte, wirklich Feiti wär tot. Ich dachte wirklich Feiti wär tot. Janik? Was? Tür? Einer, einer war an meiner Todesposition. Da am Tunnel. Am Tunnel. Außen Sven. Afe hier. Afe außen. Verstecklich Sven. Afe. nicht aus mit aber mit aber ich bin jetzt bei mir jetzt geht es keine es ist ja ich habe nur vor ich habe nur das ist gehalten gehört man geht besser von aber aus als es geht ich dachte nur ich dachte ich bin ssg oder wie andere wechselt es ist ein paar und es geht ja aber ich meine die ssg immer wenn ich kann man kann sich irgendwo rüber posten hier kann ich gerne mal probieren ich sehe sogar was nice ich habe ein bisschen gechokt oh mein gott drei leben alle sind ein bisschen gechokt ja der ist so down der junge hat noch sechs live genau der junge hat nur noch sechs live jetzt hinter der säule ist recht der baut der schützt oh easy snack geil das war wieder eine geile teamleistung und jannik was denn voila ist mein name das habe ich auch schon ein bisschen gecheckt ist am seeberger damit zumindest kurz drüber gucken kann ich habe die granate jetzt beim tunnel ist ein bisschen getobt aber ich habe es trotzdem irgendwie gesprokt sieht auch clear aus alles da ist nur einer gewesen die beste posen aber die sind ja natürlich bei der wave die sind hier direkt vor meiner nase oder sind die oben also eine ist weg von meiner nase eines oben ich dachte mir leute in a es hörte sich so daran sind über mir die sind auf jeden fall war war auch eben noch einer weil ich habe ja tschuld boah ist aber aber hat gesehen dass ich erster bin das konnte sich nicht nehmen das ist nicht so nicht So aber nicht, du feiner Wichstern. Was denn? Ein Ace. No friend. We fight. We win. Alles klar. Ich hab wieder gesmoked. Ja, ich smoke auch mal. Sag genau da rein. Okay. Okay. Nice. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, die haben gerade eine Diskussion im Team-Chat. Und der Typ weiß ja nicht, wie man Team-Chat schreibt, deswegen schreibt er jetzt so. So, B. Party. Ah, scheiße, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Der kommt raus. Habe ich. Nice. Nice, haben wir gewonnen, by the way. Alter, wir sind vier gegen fünf. Alter, gegen fünf Leute im Vierer-Team. Aber Pess ist das, Alter. Ey, Sven, Sven, Sven. Ja, ja, ja. Willst du die hier? Ich weiß nicht, aber danke. Warte. Ich hab zu viel Kohle. Hast du gezeugt, oder was? Und jetzt drück F. F for respect. Ich hab hier eine Brands, Sven. Auf Party. Ja. Und einer links durch diesen Tunnel da. Okay. Ich bin jetzt der Tod. 84, der angeschossen. Sofort 168 bekommen. Ja, einen hab ich gedrückt. Auf einer B. Flashback. Ah! Ist Bombe bei dir? Ah, Alter, holy shit. Zwei waren B. Bombe auch? Ja, 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 ja. Kräuter. Und hier geflasht. Unten. Da hinten jetzt. Dann scam er real. Ne. Oh, Janik's Ping sagt. Okay, einer kommt rein. Janik's Ping sagt. Ich hab meine Tasche gepackt. Und einer? Ah. Ist er runtergesprungen? Ja. Ich hol dich mit wenigstens. Outplayed. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ach, schade. Aber du stimmst es. Dafür darf... Dafür kein Assist mitgeben. Er ist doch gestorben. Ja, aber ich krieg keinen Assist. Ich hab den 80 gedrückt. Da werden wir immer drin gewesen für mich, ja. Oh. Wir müssen es auch so sehen, ne? Wir sind nur vier. Ja. Nein. Echt so. Kann ich jemanden boosten? Oder ich kann jemanden andern boosten? Du willst jemanden andern boosten? Ist er dir da sicher? Ich hab keine Ahnung, wie ich da hochkomme, ne? Weiß mal. Oh, nice. Boost mich. Steh auf. Steh auf. Noch einer. Nein. Nein. Außen. Links von dir. Genau. Krass. Ich hab dir das. Nice. Alter, krass, ey. Geil. Ist das krass. Das ist ein Krasserboost. Ohne Mist. Vorbild liegt bei mir. Mach keine Ahnung. Rechts. Ich hab irgendwie das Gefühl früher, aber... Nice. Ja, Svenny. Ja, Svenny. 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 Aber der boost ist sick. Der boost ist schon nice. Wenn die mal langlaufen würden. Ja. Also mein Game wäre das schon insane. Soll ich den nicht messbar aufreißen? Aber der unten drunter darf sich nicht wegbewegen. Er darf sich aber drehen. Soll ich den Abnissort ist ganz geil? Ja, da kam halt jemand. Ich hab das Gefühl, da kommen noch mehr an. Da hab ich keinen Bock drauf, möchte ich sagen. Nee, da kann ich verstehen. Okay. Abnächst, aber du feierst. Smoke ich dann nicht mehr da feier. F1? Formel 1 will das spielen? Ich glaub auch. Wie der nach B aus? Bisher kam nichts. Äh, nee. B ist gar nichts. Wer spürt hier gerade? Ja. Ich hab schon gehört. Ich glaub Mitte. Oder? Na Mitte. Ist dein links. Bombe liegt im Spawn. Nee. Zwei B. Äh, zwei A. Die Bombe ist hier. Okay, einer war lang A. 3 A. Die Bombe ist bei denen im Spawn. Und ich bin auch bei denen im Spawn. Nice. Einer kam über lang durch die Toiletten und die anderen Party. Fati. Ah ja. Ach hier, Fati sag ich hier. Alles easy. Alles gut schon. Alles gut schon. Ja, genau. Hätte ich auch gemacht. Hatt ihr echt die Bombe vergessen? Nee, der eine war afghan. Ein afghaner hat die Bombe gehabt. Hast du geguckt ob extra eine afghaner ist? Ja klar. Aber ich hoffe der Randeck der einfach rausgegangen ist. Weiß die richtig in der Arschlöffel. Echt so? Hätte ich auch mal gesagt ausmachen. Die kommen jetzt. Die kommen jetzt hier drüber. Hier links neben mir. Weiß die Allein frei jetzt. David... einfach verdreiß. 3 Sekunden! Verteidigung, verteidigung! Gewohnen, tibes! Tibes win! Gewohnen, David! David ist es. Der hat diesen Respekt gehabt. Können wir öfters 4 gegen 5 spielen? Ich merke schon von nichts. Das ist krass. Das ist kein Up-Rankles, ne? Ist es auch nicht Sven. Dafür haben wir uns auch verloren letztes Mal. Aber trotzdem 4 gegen 5? Das muss 5 gewertet werden. Nee. Komm da. Wovon trafst du nach? Ich kann wissen. Hier war ein Friede bei mir. Bei dir? Mhm. Oh. Hoppla. Hoppala. Hast du safe? Okay, ich fliegt gleich. Hoppla! Was? Noch mehr? Einer war da nur. Okay. Opa, aber liegt bei mir. Okay. Keine Ahnung. Okay, doch einer. Scheiße. Da hab ich nicht gehört. Alles gut. Toilets. Nice. Ah, lang gekommen ey. David, geil. So ein episch mit der Toilettenspülung. War einfach. War einfach zum Runterspülen. War einfach zum Runterspülen. Einer Leute, wir haben 800 Money. Was stell ich mir dem Hattengeld an? 800? 800 Money ist das nicht normal? Keine Ahnung. Woll gehen wir? Wir werden die jetzt einfach fosten. Ich hab das Gefühl, das ist nur... Neh mal dem unserem Lightwolf folgen. Neh mal dem Lightwolf. Ja, einfach nur ganz trocken aus dem Land. Ich auch. Ich auch. Dann gehen wir nicht Alan. Dann nehm ich erstmal Bombe. Alter. Richtig gedrückt. Richtig. Hallo. Nice. Oh, das lange dauert. Heißglock. Schmutz. Der richtig gedrückt. Zwei links. Zwei links. Autsch. Chaplain. Warte. Ja, der ist noch ein. Und Bank. Leut. Von hinten. Ja, einer. Links, einer. Rechts. Warum sind die mit Pistolen so gut? Äh, weil die sich die ganze Zeit fetzen, wenn sie nicht ihre kleine Pistolen haben. Äh... Negev. Äh, ne doch nicht. Ne, wir machen Sparrunde. Weck. Wir können doch gewinnen. Wir können wieder Negev. Wir können B-Rush machen. Oh ja. Na, er ist im Spielfabrik B-Rush. Ja, okay. Dann machen wir verzögerten B-Rush. Okay. Damit rechnen die nicht. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja, damit rechnen die überhaupt nicht. Sven, die muss planen. Damit rechnen die auch keiner. Alter, schau mal wie schlecht die sind. Alter, ich hab... Weg oben. Da kommen wir dran. Alter, nix. Ah, ich hab geplant den auch. Fürs Team. Ja, gut. Den anderen hab... Hinter mir auch noch. Hilfe, alle von hinten, von hinten, von hinten. Ja, nicht. Einfach dann. Perfekt. Fünf Kugeln. Äh, neun Kugeln. Defuse. Nix. Ja, was ich mach? Ja, nix. Achso, das waren noch zwei. Ja. Den einen hab ich gar nicht mehr realisiert. Ja. Den einen hab ich nicht mehr realisiert. Ja. Ja, den einen hab ich nicht mehr realisiert. Egal, jetzt können wir wenigstens kaufen. Ah, nein. Komm. Ah, aber wer drin gewesen? Die wollte ich gar nicht kaufen. Ich wollte die P90... belasten. Was machen wir jetzt? Äh... B-Ref. B-Ref hat Spaß gemacht. Wie komisch ein Eindruck hinter der Kiste... Oh. Geil. Geil. Ach, hier. Sehr viel. Ah, wer... Noch mal ein Cliff. Weiß ich nicht, wer das warfällt. Weiß ich nicht. Oben, hinten. Oh, hinten auch noch. Oh, shit. Weg. Weg. Oh, der hat... Alter. Wo war der denn? Ja, wo war der denn? Keine Ahnung. Vielleicht hinter dir ist der. Der hab ich nicht gesehen. Weil ich mich umgedreht hab zur Tür. Defuse. Wo ist der Smoke jetzt drauf? Kann belasten. Nein! Wie schockt! Vielleicht finden sie die Baumwärme auch nicht. Ach. Schade. Traurig. Mann! Aber kurz gehörst du die Baumwärme einfach nicht mehr finden. Naja. Aber jetzt merkt man, dass ein Mann fehlt. Ja. Ja, weg mir kauf. Was? B90. Jetzt geht's los. Ich glaub wir sollten mal wieder A versuchen. Ja. Jo. Meins A war besser. Äh, die nehm ich nicht. Wenn Sven und ich nicht so schnell daugieren, dann kommt bisschen was mit. Wenn die alle so entgegen pushen und dann, dann mähen wir die einfach weg. Ja, mit Pro 90 auf jeden Fall. Und dann, wenn wir jetzt durch sind, gehen wir einfach jetzt wieder auf B runter. Wollen's plan. Hey. Low, 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 nice. Low, low, low. Los, low, low... Janik, ist auf D runter, ne? Ja, Menger, rad. Egal, ich hab die Pop! Jaaa! Ich mach die Ansagen. Einer ist Baseball. Er aß. Ja, dann solltest du auch die Ansagen machen. Bye. Blend! Blend! Will ich nicht. Doch, Janek, wir müssen uns gewinnen. Wann das Heaven? Oben, Heaven, Heaven, Heaven. Nice. Haru! So. Also selbst wenn wir das nicht mehr schaffen sollten, allein für unsere 4 gegen 5 Leistung ist das schon geil. Ja. Wah. Also die Leistung ist stabil. Ich hab 20 Kills, Fight hat 24 Kills. Keiner ist negativ. Das ist auch wichtig. Äh, doch. Sven! Sven! Svenny! Svenny! Was ist damit jetzt? Für mich ist Feuer. Feuer, 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 Feuer. Wie viel wenigstens assist für Sven? Toilette, so. Oh. Oh. Da ist noch einer unten drin. Der ist low. Einer kommt an der Toilette aus. Einer ist unten in der Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe. Ja. Ja. Immer noch Treppe. Hät es ein bisschen besser gezielt hätte ich ihn gebrochen. Oder was? Läuft. Kein Assist. Also auf einmal sind die gut, oder was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich mach jetzt ernst. Ja, Mann. Leute, Awe. 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 Awe ist ready. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung. B. B? Ja. Ich hab halt Awe, ne? Nee. Sobald wir die B-Plan machen, machst du denn was? Diesmal nicht, du Wicke. Äh, du netter Mensch. Von mir ein Feuer ist hier erledigt wieder. Einer ist Heaven. Einer ist so hinten links. Oh, Heaven bist immer noch da. Vom Neustagsleben. Kleines Wapsen. Keinen ist tot. Nice. Ich geht nach hinten, weil ich noch 6 hin mache. Einer kommt von hinten. Komm, spawn. Du Decks. Einer vom spawn, Leute. Äh. Aua. Ah. Ja, spawn hat mich. Hab ihn. Ja, Leute. Geil. Gibt's mir ne AB in die Hand. Deswegen mach ich die ansagen. Deswegen mach ich die ansagen, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich geh jetzt wieder A lang. Okay. Ich geh einfach über den, über den Spielplatz. Okay. Leute, ich geh A. Also gehen wir wieder A oder wie? Ja. Vielleicht was halt. Du hast gesagt. Gut. Alles. All das, was Fight sagt. Was Fight sagt. Nice. Was Fight sagt. Toll ist, hab ich keinen gesehen. Hast du ihn? Hätt er uns. David. Spielplatz. Ah. Auch nicht mehr. Spielplatz. Komm über spawn. Komm über spawn. Zu zweit. Ja, aber einer ist nicht. Wollte ich grad sagen. Einer ist noch hier irgendwo. Da ist er. Mindestens zu zweit kommen sie über unsern. Okay. Zwei gegen zwei. Fert. Kriegen wir ihn. Ja, aber einer hat jetzt ne Aave, ne? Ja, aber Aave ist zum Retake eigentlich scheiße. Äh, schlecht. Bei mir ist einer. Nein, der auch. Der ist da. Der ist da. Was am Schillig geschießt? Das ist nett. Siehste, der hat und die Aave sag ich mal. Kannst du rüber langen, wenn du willst. Danke. Ja, okay. Kann er aber nicht. Hat er aber. So. Sagst du, werf das denn? Soll es nicht richtig mitgeben. Ich hab so gut Schaufe an meinem One-Manager. Und tappen. Alter. Alter, David. Jetzt fängt das schon wieder ab. David macht wieder scheiß Sachen. Aber hey, 30 Staten. Kein Aave. 30, ja, bei Patzeru hat ich gestauben. Für Steps. Wie heißt man? Alter, mit dieser Arbeitsziel ist so belastend. Ich geh über langen. Eigentlich soll ich jetzt auf B gehen. Ne. Tunnel. 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 Easy. Power. Jetzt geh auf B. Schön gemacht, Fall. Schön. Fahr die Regeln. Der ist jetzt auf der Safe Call auf A. Ich versuch dann mal durchzukommen. Hui. Wir haben noch 30 Leben gefehlt. Dann hätte ich überlebt. Auf Lash. Danke. Mitten in mein Gesicht. Kein Ding. 30 Leben mehr, dann hätte ich überlebt. Ich sag's nur. Ja, der ist hier. Bei David? Garate geht. Meiner. Alles. Alles. Alles muss er los. Genau. Geil. Und er zahlt kein D-Rank. Geil. Und er zahlt Up-Rank. Pass auf. Nee. Also bei mir zumindest. Da ist schon kein Up-Rank, glaub ich. Ich würd mich wundern. Nachdem du hast Niederlangen bestes Mal. Aber trotzdem geile Leistung. 4 gegen 5. Ey Leute, ich hab letztens paar random Runden gespielt. Die waren cool. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Was? Die sind unfreundlich. Also viele sind unfreundlich. Anders. Social Leben ist anders. Einer sniped hinten lang. Ja. Warte. Snipe richtig, oder? Der snipe richtig. Okay. Wollt ihr noch einen? Einer ist im... Eine Toilette. Da war auch einer. Wie? Der eine hat das Spiel verlassen. Geil. Ja, der will nicht mehr. Würde ich aber auch machen, wenn nicht so schlecht. Okay. Wenn ich 4 gegen 5 verliehen würde, würde ich auch Raid schritten machen. Aua! Aua! Toilette! Yannick! Toilette! Toilette! Ja, GG. Hätte ich gesagt. Und mit Ilkang glaub ich noch. Ey, ich hab's ge... Ich hab's getrinkst. Ich hab's getrinkst. Ich hab's getrinkst. Quatsch. Der eine war hier mit Ilkang. Der eine war hier mit der Tür. Yannick, mach das. Ich glaub an ich. Yannick! Erstmal muten. Oh, Easy-Snack. Ich will den Kittert. Easy-Snack. 23 Uhr, easy. Easy, gewonnen, 4 gegen 5. YouTube, das ist kein Up-Ranker beim Upload auf YouTube. Geil. Warte, GG-Easy. Ich hab Up-Rank bekommen, oder? Feili! Geil. Ich will trotzdem mal gerne sehen, was wir hier haben. Silber-Litermeister! Oh nee, dezidieren. Die waren alle Silber-2. Silber-Litermeister. Silber-2? Silber-4? Silber-4? Silber-3, Silber-4, Silber- ne, das sind wir. Silber-4, ja. Leute, ich bin rausgeflogen. Kann mich mal noch mal jemand einladen? Ich will mal schauen, ob ich noch mit euch spielen kann. Ja, aber ich will mal schauen, ob ich noch mit euch spielen kann. Darum geht's. Achso. Ja, das können wir eben noch schnell machen. Ja, geil, jetzt bin ich Silber-Litermeister. Juhu. Ah Sven. Versuch mal in der Lobby zu starten. Mach ich. Ja. Geht noch. Yo! Geil. Easy Snack, Leute. Cool Up-Rank. Geil. Geil. Ja. Ja, GG, Leute. Mach das. Ja, GG. Ich hab wieder ein Graft-Indy bekommen. Kein Skin, belassen. Oh, ich hab wieder ein YouTube-Upload. Meine Sicht, oha! Ja. Komm, Max, Sven, keine Sicht mehr auf die Zähne zuerst. Na, ich versuche jetzt auch zu streamen. Von dem her? Geil. Nice. Juhu. Ich hab meine... Mach rein, Fadi. Danke für das Spontane mitmachen. Mach's gut. Mach rein. Tschö, tschö. Tschö. Nice. Euch beiden sag ich auch schon mal schü. Juhu. Juhu. Tschö. Tschö. Riders Time. Tschö. So, Leute. Das war... CS Let's Go. Ich hab mal ein Update drunter von Discord, wann es kam. Upload. Deswegen vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Das nehmen wir noch mit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschau. Ich hab meine Lieben. Wir beide Das ist so far from